Warum hast du eigentlich so ein gutes Mic? Ja, ich bin Synchronsprecher für Aerotikfilme. Warum lachst du jetzt über meinen Job? Du ziehst es dir doch zäglich rein. Was denkst du, woher die Geräusche kommen? Achso, die werden synchron gesprochen. Ja, ich mein, wenn es ein asiatischer Film ist, muss schon auf Deutsch gestöhnt werden, ja? Das ist schon ein Aufwand.